Wir haben Ausschluss aus der UN. Das kostet halt auch gleich 3000 AP. So, uns ist noch niemand doof gekommen, dass wir das machen wollen, würde ich sagen. Atomare Abrüstung ist natürlich auch interessant. Ordnen Sie die massenhafte Reduktion der weltweiten Raketenarsenale an. Spannend. Raketenpotenzial minus 50, Raketenpotenzial Limit minus 50 für 3500. Antidemokratische Kooperation. Eine anti-autoritäre Kooperation finde ich noch interessant. Oder zumindest die anti-totalitäre Kooperation. Da er ja dieses Spiel, diesen Trias aufgemacht hat, Demokratie, Autokratie, Totalitarismus. Ja, führen Sie universelle Zölle für Produkte aus Dienstleistungen aus autoritären Ländern ein? Für 4000. Anti-autoritäre, ja. Anti-totalitäre Kooperation, auch für 4000. Umweltschutz. Also bei totalitären Ländern, auch da ist dieses Schwert eigentlich so ein bisschen zu grob. Weil du, eigentlich will man in den nationalen Beziehungen ja auch nicht den Staat komplett verlieren und will die Menschen auch nicht komplett verlieren. Weswegen es jetzt beispielsweise bei so Menschenrechtsverletzungen, wie es ja in totalitären Staaten auch immer wieder vorkommt, weswegen es jetzt in den USA, in Kanada, in Großbritannien, in Neuseeland, weiß ich nicht, aber in Australien und auch in der Europäischen Union jetzt einen sogenannten Magnitsky-Act gibt, wo es um Strafen geht für Einzelpersonen, die sich Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gemacht haben. Also das ist halt einfach eine andere Reaktion darauf, weil das hier ist schon ganz schön krass. Ja, also die ganzen Sachen, es sind halt auch relativ teuer, was AP-Kosten angeht. Ähm, universeller Spionageschutz, ähm, Umweltschutz auch. Ähm, also es ist halt immer relativ, äh, und die Effekte sind halt Umweltzerstörungsmodifikator minus 40% und BEP-Wachstum minus 0,4%. Ich würde sagen, das gilt dann für alle, also... Hm. Nominieren sie Generäle eines ausgewählten Landes für Positionen innerhalb der UN-Friedenstruppen. Die Generäle werden ihre Länder verlassen. Dafür bekommen wir Punkte und es kostet auch AP. Ich glaube, äh, UN wird sehr, sehr interessant, wenn wir die ersten Konflikte haben. Ähm, hier Image-Kampagne für Kriegstreiber ist auch interessant. Für eine kurze Zeit... Mmhm. Geld einer, ähm, Forschung und Entwicklung Kooperationen. Umsetzungszeit für alle Projekte minus 15%. Aber kostet einfach auch mal 3000. Impfungen gibt es auch. Sorgt für plus 25, Index für menschliche Entwicklung, allerdings nur für 700 Tage. Also für knapp zwei Jahre. Wäre der, äh, äh, AP-Boost, aber der würde sich wahrscheinlich nicht rechnen gegen die 3000. Da wäre ich mir aber nicht... Also ich weiß halt nicht, was oben dieser Index menschlicher Entwicklung, dieses Teils hier, was, äh, da links oben noch eingeblendet ist, dass wir auf 60 kommen müssen. Das würden wir schaffen damit, mit den Impfungen. Ja, das stimmt. AP-Kosten... So, wir kriegen für, also IME, für den Index menschlicher Entwicklung von 45, kriegen wir 120 AP. Jetzt im Moment. Wenn wir den um 20 erhöhen, würde sich das wahrscheinlich niederschlagen in monatlich... Ähm, ich sag jetzt mal optimistisch gerechnet, äh, wahrscheinlich in 60 AP. Jeden Monat für zwei Jahre lang. Das ist 24, 60 mal, äh, 24 sind, ähm, ungefähr 1500. Und wir geben dafür 3000 AP aus. Also... Oh Gott, wir machen, wir machen jetzt fast schon eine Wirtschaftlichkeitsanalyse. Äh, ja. Ähm, ja gut, aber dann lass uns nochmal nicht über die Kosten und Nutzen, sondern über Kosten und Wirkung reden. Mhm. Also, was bringt es uns, wenn der Index menschlicher Entwicklung dann bei 65 ist? Gibt es noch andere Dinge, wobei es uns hilft? Oder irgendwo... Es gibt ganz viele Pro... Ich krieg mich gerade noch nicht ausgedrückt. Entschuldigung. Äh, äh, es gibt viele Projekte, die ein Mindestmaß an IME brauchen. Aber auf den, äh, auf der Ebene, wo wir bei den Projekten sind, da, äh, ist der, die IME-Anforderung irgendwas bei 20 oder 30. Das heißt, wir sind noch nicht in dem Bereich, wo wir einen höheren IME brauchen, um überhaupt Projekte anstoßen zu können. Und es gibt halt für IME mehr Aktionspunkte. Das sind die einzigen Sachen, die ich bisher gefunden habe, worauf sich IME auswirkt. Und da dieser IME-Boost ja nur befristet ist, ähm, bringt da uns langfristig halt auch leider nix. Ähm, na dann lass uns vielleicht nach was anderem gucken. Zum Beispiel die, äh, Zusammenarbeit im Bereich Forschung und Entwicklung. Vielleicht können wir da irgendwas machen. Äh, äh, irgendwo hab ich's gesehen. Ja. Und Wiederaufbau ist bestimmt auch super für unseren diplomatischen Sieg. Kriegsverlust Modifikator minus 10. Also das ist dann für uns. Aber wir haben ja gerade keinen Krieg verloren. Ähm. Imagekampagne für Kriegstreiber. Genau, wo, wo, wo hatten wir, äh, Selbstbestimmungsakte. Unzufriedenheitszielwert wird erhöht. Geldeinnahmen können wir hier. F&E-Kooperation gibt uns Umsetzungszeit für alle Projekte minus 15%. Ja, das klingt schon gut. Und das ist dauerhaft. Für 3.000. Könnten wir überlegen, aber... Also ich find das, ich find das gut. Also wir haben dann nicht mehr genug AP für unsere Umwelt und für die Ressort-Geschichten. Ich würde mir diese UN-Sachen... Also ich meine, das ist echt nicht schlecht, dass die Projekte schneller gehen. Wir brauchen aber, wenn wir dann mehr Projekte machen, brauchen wir mehr AP. Also das ist gerade halt irgendwie... Ja, dann lass uns das doch vielleicht aufheben für so mittels... Ja, das gucken wir noch mal. UN-F&E-Kooperation. Koop minus 15% Projektzeit. Ja. Habe ich mehr aufgeschrieben als eine Möglichkeit. Äh, ich schreibe mal drauf. 3... 3K AP. Kostet. Okay. So. So, dann warten wir mal, was unsere diplomatischen Aktionen so alles bringen. Achso, wir haben ja auch wieder Japan und Australien nach APs gefragt. Äh, Australien erfolgreich umgesetzt und Aktionen in Japan ist fehlgeschlagen. Okay. So. Und jetzt müsste auch die Zeit vergangen sein, dass wir in Australien wieder finanzielle Unterstützung machen können. Mhm. Und das würde ich dann nämlich direkt auch einfach mal machen für den Plus 5 Boost. Okay, es dauert nur... Ist auch begrenzt auf ein Jahr. Ähm. Ja, weiß ich nicht. Wir haben jetzt 147. Ich weiß nicht, ob wir es hier schon wieder machen müssen. Weil es... Also 147 ist halt wirklich weit entfernt von 110. Ja, das stimmt. Also... Ich würde mal sagen, wenn irgendein Partner... Also Australien... Wenn irgendein Partner sich 130 nähert und wir sind bei Japan, sind wir jetzt bei 146 und bei Australien sind wir bei 147. Das heißt, wir sind eigentlich safe. Wir müssen jetzt keine Infrastrukturprojekte und Unterstützung und sowas eigentlich... Ähm... 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 Die diplomatische Aktion, die diplomatische Mission wurde erfolgreich in Frankreich umgesetzt. Ein Wohlwollenspunkt dafür. Das heißt... Kooperative Aktion, Handelsabkommen. Ja, 70%. Wir warten bis hier... Die Investition durchgelaufen ist, ne? Ja. 70% ist ein bisschen doll. Gucken wir in Frankreich. Ich auch. Frankreich, kooperative Aktion, Handelsabkommen. Ähm... Auch... Wir können es auch nicht boosten. 70%. Und Südafrika wird dasselbe sein. Ähm... Handelsabkommen. Genau. Und da müssen wir eh investieren. Wir haben noch keine Investitionspunkte mit Südafrika. Alles klar. Das heißt, da müssen wir auch noch... Warten. Dass die Investitionen durchgehen. Sehr gut. Es geht vorwärts. Wie schön. Ja. Und hier passiert noch was. Singapur hat sich dem Block Protektorat von Südkorea angeschlossen. Oh, Südkorea hat ja seinen eigenen Block gebaut. Mit Singapur. Interessant. Okay. Auch eine interessante Kombination. Ja. Singapur und Südkorea. Diplomatische Aktion Wohlwollen erlangen wurde erfolgreich in Kanada umgesetzt. Sehr schön. Das heißt, jetzt haben wir Wohlwollen mit denen. Also wir haben Wohlwollenspunkte. Wir könnten einen ihrer Wohlwollenspunkte investieren und auf 80% boosten. Wir können aber noch warten, bis wir noch mehr Investitionspunkte haben. Um um 15% zu boosten, dann kommen wir auf 95%. Das machen wir noch, ne? Ja, das finde ich gut. Atompilze. Merkt an, es fehlt noch Vietnam. Bestimmt. Das wäre dann zumindest mal ein sozialistisches Land. Das haben wir auch noch nicht im Block. Oder zumindest in der näheren, wir haben noch nicht mit einer Nicht-Demokratie zusammengearbeitet. Das stimmt, ja. Wäre auch mal interessant. So, Investitionen. Ja, Entschuldigung. Entschuldige bitte jetzt. Wir hatten diesen Spielrhythmus und dann kommt dann doch wieder irgendwas dazwischen. Was ich bei Vietnam so interessant finde, ist, dass ja dann theoretisch dort die Optionen der politischen Kooperation funktionieren müsste. Weil es ja dann unterschiedliche Systeme sind. Falls das aufgesplittet ist nach autoritär, totalitär und demokratisch. Danke. Ja. Ja, das stimmt. Diplomatische Aktionen, Investitionen wurden erfolgreich in Südafrika umgesetzt. Das ist schön. Investitionen erfolgreich in Frankreich umgesetzt. Und... Vereinigte Staaten von Amerika. Ah. Investitionen in USA. Haben nicht geklappt. Haben wir dann gar nicht investiert in Kanada. Ach, wir konnten... Jetzt können wir wieder... Wir müssen in Kanada investieren. Das hilft alles nix. Wir haben vier Wohlwollenpunkte. Wir können es auf 90 boosten. Indem wir einen benutzen. Das würde ich machen. Ja. Ja, das ist gut. Genau. Und dann können wir... Bei Frankreich und bei... Bei Südafrika können wir dann mal so in zwei Monaten gucken, weil dann müssten wir Investitionspunkte angesammelt haben. Und dann können wir Richtung Handelsabkommen gehen. Ja, das gefällt mir. Und unser BIP steigt. Ja. Plus 0,04. Könntest du da noch mal bitte auf die Weltwirtschaft schauen? Ja, die Weltwirtschaft geht hoch. Ja, sehr gut. Okay. Den Boost sollten wir mitnehmen. Ja. So, wir sind im Moment... Arbeitslosigkeit 6,18. Und Arbeitslosigkeitswachstum minus 0,01. Und das wird gleich noch deutlich besser, wenn wir die ersten Projekte fertig erforscht haben. Das hier dauert noch 26 Tage. Und dann sind wir bei der zweiten Stufe für das Ressortgebäude. Damit wir endlich einen unserer Bauplätze, der schon lange brach liegt, besetzen können. Und hier, nur noch minus 16 Metalle. Funktioniert gut. Durchbruch. Unseren Wissenschaftlern gelang es ein bemerkenswerter Durchbruch. Wie setzen wir ihn für uns ein? Zeigen wir allen, wie großartig wir sind. Beziehungen zu allen plus 5. Für 150 Tage. Nutzen wir die Erkenntnisse zur Beschleunigung weiterführender Forschung. Geld minus 500. AP minus 100. Umsetzungszeit für alle Projekte in Neuseeland minus 15 für ein Jahr lang. Finde ich verlockend. Oder verkaufen. Mhm. 100 Geld und minus 15 Aktionspunkte. Puh. Man könnte jetzt eine grundsätzlich philosophische und wissenschaftstheoretische Debatte darüber führen, wie man mit wissenschaftlichen Erkenntnissen umgeht. Ja. Aber das können wir uns ja für einen anderen Abend aufheben, André. Mhm. Solche Gespräche. Und insofern bin ich dafür, die weiter zu nutzen für die Forschung. Da bin ich auch total für, weil wir haben jetzt gerade AP von unseren Blockgeschichten. Die Beziehung nur für 150 Tage plus 5 ist nicht so ein großer Boost. Und dann mit allen bringt uns gar nichts, weil wir haben jetzt keine großen Pläne mit allen. Vor allem haben wir jetzt nicht vor, noch jemanden in unseren Block zu holen, weil wir gerade nicht die Ressourcen haben und schon längst nicht die Aktionspunkte, um den Unterhalt für noch einen Blockmitglied mehr aufzubringen. Deswegen würde ich Nutzen machen, damit die Projekte einfach schneller durchgeführt sind. Und dafür nur 100 AP auszugeben, finde ich echt ganz gut. Horstie fragt gerade im Chat, was eigentlich aus Kambodscha geworden ist. Und ich bin mir nicht sicher, haben wir mit Kambodscha schon irgendwas zusammen gemacht? Oder ist es jetzt nur der... Horstie will nur, dass ich Kambodscha suche. Ja, ich habe es auch befürchtet. Hier ist Kambodscha. Gucke da. Das war aber auf Anhieb, sehr gut. Ja, hier ist Kambodscha. Nee. Ja, Kambodscha. Beziehung 39. Ja. Nicht so. Diplomatische Aktion Investitionen wurden erfolgreich in Kanada umgesetzt. Sehr schön. Und jetzt ist gleich... Upsi. Japan left the block. Why? Keine Ahnung. Steht da nicht. Wir verstanden uns doch so gut. Ja. Taten wir. Haben wir sie zu oft gefragt, ob wir Aktionspunkte bekommen? Ja, anscheinend. Haben sie einen besseren Freund bekommen? Ja, Kwan hat den Block verlassen. Wie sind unsere... Beziehungen sind jetzt nur noch... Aber wir hatten davor 146 oder so. Keine Ahnung. Haben sie einen besseren Freund? Ne, sie wollen wahrscheinlich irgendwie... Also, ich glaube, es liegt nicht nur, wenn die sagen, naja, wir wollen noch mit wem anders irgendwie zusammen... Tja, jetzt sind wir wieder nur zu dritt. Und... Äh, zu zweit. Okay. Zu zweit. Ähm... Ja, Australien und Neuseeland. Das ist schade. Mag Frankreich uns inzwischen? Ja. Wir haben jetzt... Äh, genau. Da wollte ich jetzt drauf zukommen. Ähm... Ein Projekt ist abgeschlossen, nämlich... Wirtschaftlicher Fokus. Wir können jetzt die... Äh... Den Erholungstourismus erforschen. Ermutigen Sie die Leute dazu, sich zu entspannen und in einer berühmten... Äh... Feriendestination, äh... Aufzusuchen. Ähm... Dafür brauchen wir... Äh... Index für menschliche Entwicklung mehr als 10. Ja? Und wir kriegen dadurch... BEP-Wachstum von plus 0,01. Aber es sollte auch ein Gebäude freischalten. Also ich werde das nochmal gerade... Ich werde das nochmal gerade... Äh... Verifizieren. Nicht, dass wir den falschen... Die falsche Route gegangen sind. Also ich möchte hier Wirtschaft und eine Tourismuszone bauen. Und wir brauchen Erholungstourismus. Und das ist der. Ja, ja. Alles klar. Wir brauchen Erholungstourismus, damit wir das bauen können. Dann würde ich jetzt Erholungstourismus machen. Finde ich gut. Und Atompilz weist auch gerade darauf hin, dass wir es geschafft haben, dass wir überall bei unseren Rohstoffen im Plus sind. Oh ja. Also nicht nur bei... Nicht nur bei Eisen, sondern wir sind inzwischen bei allen Rohstoffen im Plus. Ja. Das liegt daran, dass Japan den Block verlassen hat. Also weniger ist gut, aber auch unsicherer. Der Block kostet... Ist das nicht auch schon wieder so eine Brexit-Argumentation, dieses kostet uns so viel? Mhm. Und... Ähm... Ich bin mir halt noch momentan noch nicht so richtig sicher, was wir von den Blöcken haben. Solange jetzt irgendwie niemand Krieg mit uns führt. Naja, also wir brauchen auf jeden Fall den Block, damit wir Australien immer um Aktionspunkte anpumpen können. Sonst sind wir geliefert. Aber es war so schön auch... Ja. Ja. Das stimmt. Aber es war auch so schön, als wir noch andere Staaten fragen konnten. Naja, können wir jetzt wieder. Also wir könnten... Es sind jetzt raus. Wir sind mit den Metallen auf einem guten Weg, besonders weil wir auf der anderen Seite das mit den Bohrinseln erforschen. Wir könnten jetzt... Wir müssen mal gucken. Frankreich ist uns wohlgesonnen. Achso, und sie ist mit... Frankreich hat mit Andorra einen Block gebildet. Hm. Andorra. Und... Ähm... Südkorea ist... Hat noch keinen Block. Die war noch vorhin... Äh, nicht Südkorea. Südafrika, Entschuldigung. Südafrika. Ja. Südafrika könnten wir fragen. Ja, finde ich auch gut. Wir bauen jetzt gerade einen Commonwealth auf, oder? Ohne... Ja. Also ohne Großbritannien. Ja. Ja, Großbritannien wollte uns ja nicht. Genau, Großbritannien wollte uns nicht. Bei Kanada probieren wir das jetzt gerade. Die finden uns jetzt nicht so schlecht. Insofern... In Kanada wollen wir nur ein Handelsabkommen, weil Kanada auch schon einen Block gebildet hat. Aber Südafrika hat noch keinen Block. Das heißt, die können wir fragen. Dann loslassen wir uns fragen. Ähm... Übrigens noch eine Sache. Atompels schreibt gerade im Chat, ähm, dass dann die Wirtschaft Japans schwächer war. Aber so richtig weiß ich das nicht, ob es daran liegt, dass das wirtschaftlich schwächere Land vom wirtschaftlich stärkeren Land was bekommt. Oder ob einfach nur der Block so oder so kostet. Ja, ich glaube, der Block so oder so kostet. Weil wenn dem so wäre, müssten wir uns ja irgendwelche krass starken Industrienationen für unseren Block raussuchen. Ja, aber für Japan kann ich es verstehen, weil wir haben ja den Status gesehen. Die hatten irgendwie 49.000 AP auf Tasche liegen. Ja. Und wahrscheinlich... Das stimmt. Die hatten wahrscheinlich super viel... Also, ich weiß nicht, ob der Computer das auch so rationalisiert. Aber für mich wäre das dann so, die hatten super viel politisches Kapital, aber wahrscheinlich kaum Rohstoffe. Und dann sind sie aus dem Block rausgegangen, damit sie wieder Rohstoffe haben, damit sie überhaupt ihr Kapital einsetzen können. Wäre meine Theorie. Das wäre... Also, das ist auf jeden Fall eine Variante. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass sie... Also, wir haben uns ja jetzt dafür entschieden, permanent ein Entwicklungsprojekt nach dem nächsten laufen zu lassen. Das kostet uns auf der einen Seite richtig viele Aktionspunkte in der Entwicklung, aber auch im Unterhalt. Was natürlich dazu führt, dass wir nicht so viel haben. Es ist die Frage, ob die einfach nicht so viel entwickelt haben. Also, wir können ja auch sagen, wir machen immer nur eins und nicht fünf. Ja, ich glaube, die konnten wahnsinnig viel entwickeln, weil... Nur so als Beispiel. Ähm... Wenn ich auf Aktionspunkte gehe und auf Einnahmen. Ähm... Bevölkerung. Wir kriegen für unsere... Ähm... Was haben wir an Bevölkerung? Wir haben 50. Du kriegst für jede Bevölkerung einen Aktionspunkt. Also, wir haben 50. Japan hat Bevölkerung... Ähm... 1367. Okay, die kriegen allein durch die Bevölkerung so viele Aktionspunkte. Genau. Das heißt, die können wahnsinnig viele... Wahnsinnig viele Projekte einfach so unterhalten. Also, das finde ich wiederum spannend, warum wir dann nur mit 40 Leuten angefangen haben. Also... Ja. Ist das nicht ein Wettbewerbsnachteil? Ja, auf jeden Fall. Also... Aber wir haben ja gesagt, wir suchen uns das aus. Also, ich würde jetzt tatsächlich auch, um das Spiel interessanter zu gestalten, vielleicht nicht mit Neuseeland anfangen. Sondern mit einem größeren, die halt schon einiges erforscht haben. Aber das ist trotzdem ja eine interessante Herausforderung jetzt gerade. Ähm... Ja, genau. Wir müssen Leute einwandern lassen. Wir können das auch auf lokaler Ebene in den Provinzen machen, dass wir für Einwanderung werben. Äh... Das könnten wir auch machen. Äh... Leute einwandern lassen steht auch gerade... Ja, dann brauchen wir auch Arbeitsplätze und so. Ja, genau. Dann wächst... Wir sind gerade bei Arbeitsplätzen in dem Bereich, dass die Arbeitslosigkeit sinkt. Dann steigt es wieder. Und wir müssen... Wir haben gerade... Was wir jetzt natürlich machen könnten, wäre... Ähm... Wir könnten hier in die Provinz gehen und sagen, aggressive Bewirtschaftung machen wir mal zu Ende. Weil die sorgt für... Umweltzerstörung und für... Ähm... Provinzunzufriedenheit, hm... Hat noch keinen... Hat noch keine... Äh... Keinen Impact gehabt. Aber wir könnten das beenden. Die... Auf jeden Fall die aggressive Bewirtschaftung. Und dafür was anderes machen. Es wäre mal wieder Zeit für ein Festival. Wir haben heute noch kein einziges Festival gestartet. Das stimmt. Wir haben aber auch... Und so ein bisschen gute Laune wäre ja auch nicht schlecht. Keine Unzufriedenheit. Also das ist halt krass. Obwohl wir hier etwas gestartet haben, was Unzufriedenheit sät. Na, wir haben ja diesen einen Berater eingestellt, der... Du hast recht. Ich glaube ich um 5. Ja. Aber wir haben halt nur den einen und es ist nur um 5. Also die anderen 5, die wir jetzt quasi nicht haben, erklären sich mir nicht. Aber ist auch nicht schlimm. Ich beschwärme mich nicht über... Können wir hier gucken. Unzufriedenheit. Demokratisches... Unzufriedenheitsfaktoren. Also Unzufriedenheit. Demokratisches System minus 1. Arbeitslosigkeit plus 1. Steuersatz plus 2. Persönliche Kontrolle plus 1. Tourismus plus 1. Städtischer Schienenverkehr minus 1. Berufspolizei minus 1. Also hier gibt es ganz, ganz viele Faktoren, die da was machen. Ähm... Ah, aggressive Bewirtschaftung. Steht kein Modifikator mit bei. Ich weiß es nicht. Hm. Ja, aber wir brauchen den hier nicht mehr. Und der kostet uns AP. Wir haben genug Metalle. Also würde ich den erstmal beenden. Mhm. Entschuldigung, der Chat hat mich abgelenkt. So, und dann können wir jetzt mal gucken, welche... Ne, nicht regionale Aktionen. Provinzaktionen. Ja, möchtest du... Wir haben in militärische Aktionen... Äh... Noch gar nicht reingeguckt, aber wir sind jetzt auch nicht so auf Militär aus, ne? Gesellschaftliche Aktionen. Du möchtest gerne ein Festival. Ja. Ja. Würde... Ja. Unzufriedenheit um 10% verringern. Wir sind bei 0. Provinz BEP 1. Und wir kriegen persönliche Kontrolle minus 1. Und da persönliche Kontrolle ja sich wiederum auf den insgesamt Zufriedenheitsfaktor unserer Bevölkerung auswirkt und Festivals einfach Spaß machen, bin ich dafür, ein Festival zu veranstalten. Ja, okay. Dann veranstalten wir ein Festival. Und dann veranstalten wir ein Festival. Untertitelung des ZDF, 2020